Das ist jetzt der 6, oder? Ja. Nee. So, wieder on board hier. Matteo ist natürlich am Filmen. Matteo, wo fahren wir heute hin? Wir fahren heute nach Fürstlich-Drena? Drena. Drena. M-S-C Fürstlich-Drena. SC ist er? Fürstlich-Drena. Keine Ahnung. Was ist das da? Das sind wahnsinnig gute Wetterbedingungen, sind so ein Mittel. Wir haben heute eine leichte Bewölkung. Die Nacht hat es stark geregnet, deswegen hoffen wir auf nicht zu nasse Bedingungen auf der Strecke. Aber ich denke, es ist fresh in shape. Die Jungs haben einen guten Job gemacht. Und dann wird hier ein Vollkrass-Salat, ja? Vollkrass-Salat? Vollkrass-Salat. So dann... You put your foot on the throttle and you get the power instantly. Was ist das für eine Strecke, wo wir heute hinfahren? MX Masters ist das so. Right. Wir sind jetzt noch angekommen. Aber das ist so geil, das. Kawaii's place to be heute, Jungs. Na ja. Und los. Achso, wir haben noch einen Tag gesagt hier, ne? Kevin. Moini. Oh, warte. Ich bin ein richtiger Wahrscheiniger. Warte mal, was nimmst du da für Produkte? Ich nehm Produkte Rock Ö, Chain, Lüb, Rock Ö Only. O-Ring, X-Ring, Standard Chains. Okay. Man dreht das Rad immer andersrum beim Kettemachen, Matteo. Warum? Weil, ne? Pro-Tipp, sonst das Kettenschloss aufgeht. Aha. Reicht, denk ich. Ja. Du, Matteo, du fährst ja nie bis nach Russland, ne? Pro-Tipp, also immer nach vorne drehen. Gut, wie du was gelernt hast. Ja. Aus alten Graffiti-Zeiten. Pfff. Ich glaube alles, aber da hast du wirklich schon mal gesprüht, ne? Ne. Gut. Service complete. Was ist denn eigentlich mit deinem... Den hab ich verloren. Das ist ungünstig. Hä? Na ja, ging letzte Woche auch. Matteo freut sich, wenn er besudelt wird. Du musst einfach nicht so voll machen. Aber letzte Woche, ich hatte auch komplett voll. Das ging eigentlich voll. Musst du auch machen. Das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Hat er das wirklich gesagt? Ja. Okay, Matteo. Ich denke immer, wir ziehen uns jetzt einfach um, oder? Hallo. Guck mal, wir wackeln jetzt einfach so, immer so. Was sagst du sonst noch zur Strecke, Matteo? Anfänger-freundlich? Ne. Ne? Ich glaub, sonst ist es nicht ganz früh, wenn es hier ist. Es ist halt wirklich gefühlt einen Meter tief hier. Überall. Also gibt's Gas, Gas, Gas und nichts geht vorher. Ja. Heute ist es das erste Mal, dass ich dann meine Schuhe putzen werde. Ach so? Noch nie gemacht. So sehen sie doch aus. Heute sind sie immer dran, glaube ich. Ja, ne. Also, Hufo, weiß ich nicht. Ist hier, glaub ich, mehr Materialschlachten. Fehl am Platz. Ja. Mit meinem Gewicht auf alle Fälle. Aber, es macht Spaß wie Sau. Ich hab endlich mal ein Motorrad gefunden, was auch ich ausfahren kann. Wie speckt deine isotonische Trink? Gut. Like, bleibt Folge nochmal ein Büch. und dann geht's für einen diablichten. Hungständische Trink. cis simplesmente Blödel.. Ja. Ah. Ach Black.. Mitglied die Dos-Auf aktiv sind die Fälle. Jakómo starten. So, Matteo, wir haben keinen Schlüssel dabei. Was? Du hast so ein ganzes Set, da hast du einen Schlüssel dabei? Da ist trotzdem keiner Hilfe für die große Mutter raus. Ja, hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Matteo, mach raus da. Warte mal, ich brauche meine Mütze. Mann, Matteo. Nee, das sind 45. Alter, das ist zu wenig. Mach das wieder locker, das ist zu fest. Hier, so Mist, Mann. Und dann auch nicht mit einem kompletten Zollstock, sondern so. Und auch nicht von hier unten. Was denn, von hier? Hast du gesehen, wie er gemessen hat? Ich hätte gesagt, der Filter so rübergepeilt. Aber du hast doch jetzt von hier unten gemessen. Du hast doch gesagt, hier Kettenschutz. Matteo, mach doch auf. Hinter dem Kettenschutz. Mach deine Finger aber auch an und hier unten auf. Ja, passt. So, Matteo, pass auf. Gibt es hier ein Winterprofil? Ab wann darf ich noch auf die Strecke? Ich habe jetzt ehens, ehens. Du, mit dem langsam liegen. Was hat mal ein Kollege hier? Matteo. Ey, guck mal gar nicht die Vorgaben. Alter. Tipps und Tricks. So. Das kenne ich. Das habe ich schon mal gesehen. Man hier. Nee, nee, nee. Das habe ich Jungen Warners mal gesehen. Matteo. Was nicht, ist das sauber? Das sind nicht deine Zähne, Alter. Guck mal hier, hier. So. Na, habe ich doch gemacht. Nee, du hast so gemacht. Ja. Jetzt haben wir hier. Und Action. Geil. So, Matteo, Alter. Jetzt geht es nochmal richtig scharf. Hast du eigentlich mal bei deinem Schinken hier gut getankt? Das ist noch alles voll. Ist aber gut, dass du nicht laufen musstest. Hä? Guck mal rinnen da. Achso. Ja, ohoho. Ja, können wir uns auch nochmal rein. Fertig, aus. Geh, ab. Ich fahre jetzt 4.50, Alter. Ich fahre jetzt 4.50, Alter. Wen willst du damit umbringen? Dich und das Motorrad? Nee, ich hab's dachter. Wieder fahren. Wen willst du damit umbringen? Dich und das Motorrad? Nee, ich hab's dachter. Bleiben bis short, Alter. Ich glaube, Matteo hat nur ein Motorrad, weil reparieren wird zu teuer. Guck mal hier. Und der Auspuff. Guck mal, wie der Auspuff steht. Guck mal hier, siehst du auch, dass die Halterung verbogen ist. Junge, Matteo hat's richtig abgewickelt, Alter. Kann mich gar nicht hier sehen. Käffchen hat nur hier gesehen. Wird wieder teuer. Also der Auspuff steht so, und der Lenker hat alles auch. Scheiße, aber Hauptsache du bist in Ordnung, Mann. Ja, das geht schon immer das Richtige. So. In diesem Sinne, ich glaube, wir machen jetzt einfach Schluss. Müssen jetzt, denke ich, mal eh einpacken. Konzentration ist bei Matthäus sowieso weg. Willst du ihn noch kurz fahrtfiegen? Lustig. Gut. In diesem Sinne, bis bald, Rian. ARD Text im Auftrag von Funk